und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freunde der gepflegten karies vermeidung ich habe heute für euch mitgebracht von keyplay aus der city corner reihe die k2 8005 mojito tavern oder auch einfach eine cocktail bar die aber mit mindestens karies bedenklichen farben hier um die ecke kommt und ich fand das ganze eigentlich wirklich lustig ich fand auch die ganze serienidee lustig und habe mir gedacht das schlage ich auf jeden fall mal zu das ganze ist auch pad printed wir haben hier also keine sticker dabei und gekauft habe ich jetzt damals für um die fünf euro beim stein gemachtes shop vom lieben torsten das sieht man unschwer auch an diesem sticker für bricks for the kids super super tolle aktion also wenn ihr da irgendwo mal ein euro übrig hat da ist das ganze auch gut angelegt und ich habe es eben damals im großen sale wo torsten mit human beziehungsweise keyplay ja schon gebrochen hatte und dann die setz einfach nur noch loswerden wollte durch die ganze vorgeschichte das set bei ihm gekauft und jetzt schauen wir uns es zusammen an momentan bekommt man es für um die zehn euro zum beispiel auf dem kaufland marktplatz habe ich es gerade eben wieder für 11 euro gesehen die verpackung ist eher klein und handlich gehalten und dafür zumindest augenscheinlich prall gefüllt das gefällt mir immer mehr als diese wirklichen luftnummern die man teilweise zu kaufen bekommt und auf der seite der verpackung sehen wir auch noch mal die maße das ganze wird am ende 8,5 cm breit 8 cm tief und 20 cm hoch auf der rückseite sehen wir noch mal das ganze konzept von der city corner reihe wir haben da eben verschiedene kleine häuschen mit denen man sich hier eine kleine straße aufbauen kann das ganze finde ich gerade für leute die sie entweder keine großen modular buildings leisten können oder eben auch schlicht und ergreifend nicht den platz haben echt eine coole idee einfach mit kleinen häuschen sich etwas zu bauen und sich dort auch mehrere verschiedene auch ein wenig verspielte resets kaufen zu können wie eben zum beispiel die mojito tavern und wenn man das möchte kann man sich das ganze eben genauso in sein regal stellen und sich daran erfreuen auf der verpackung sieht man aber sonst keine super besonderen anderen sachen dementsprechend würde ich sagen wir machen das ganze mal auf und schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an und hier seht ihr auch schon mal die steine tütchen die farben die im verdacht stehen kari jetzt zu verursachen kann man aber noch gar nicht so richtig erkennen denn die tüten sind in so einem weißen und eher undurchsichtigen design natürlich schwimmen hier an einigen stellen die steine raus aber das ganze sieht man natürlich dann besser wenn wir die steine auch wirklich ausgepackt haben über steinequalität reden wir ja aber wie immer noch während des baus was mir an der packung aber nicht so gut gefallen hat ist dass sie an der seite verklebt ist und keine lasche hat um sie zu öffnen so dass man sie zwangsweise etwas kaputt schneiden musste das finde ich immer etwas schade denn sonst hat die verpackung einen hochwertigen eindruck gemacht auf den ersten blick ebenfalls einen hochwertigen eindruck macht die anleitung die ist klammer gebunden wir haben eine ordentliche papierqualität und auch die druckqualität gefällt mir hier sehr gut es wird verblasst dargestellt was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird wird in vollfarbe dargestellt danach bauen die meisten leute ja am liebsten und wir haben am ende 60 bauschritte auf 30 seiten verteilt um diese cocktail bar fertig zu bauen schade finde ich aber dass wir auch in dieser anleitung mal wieder keine teile liste haben mir wäre es persönlich einfach lieber wenn eine mit dabei ist ich freue mich auf jeden fall schon sehr auf diesen bau auch wenn es jetzt natürlich kein weltbewegendes set ist aber auch solche kleinen sets können durchaus freude bringen wie wir das schon auch durchaus durch keyplay sets gesehen haben ich verlinke euch auch oben mal die playlist zu den keyplay sets da sind zum beispiel kleine figuren dabei mit denen ich sehr viel spaß hatte und ich hoffe natürlich dass das sich hier wieder wiederholen wird und wir sehen uns dann gleich nach den ersten wichtigen bauschritten wieder und wir sehen uns das erste mal nach dem 26 bauschritt aber geschüttelt nicht gerührt auf jeden fall haben wir schon die untere etage des hauses hier vervollständigt und ich habe mega viel spaß damit auch wenn es natürlich das komplette gegenteil von den letzten sets ist wo wir zum beispiel uns kobe flugzeuge angeschaut haben das geht ja schon fast richtung modellbau genauso wie auch von rasta der oracle red bull rb 19 der ja wirklich sehr darauf bedacht war sowie das original auszusehen aber dieses set ist bisher eher wie eine parodie auf das leben fast so ein bisschen wie ein kinder zeichentrickfilm und das macht einfach richtig richtig spaß hier mehr oder weniger den kopf auszuschalten sich über keine gedanken zu machen ob hier irgendetwas realistisch ist oder nicht sondern es einfach lustig zu finden wir haben hier also den eingangsbereich gebaut von dem gebäude was nicht weiß was es sein soll denn das sieht so ein bisschen wie ein brauhaus aus und fast schon seriös dieser print dann ist es natürlich noch eine musikbar diese print hier erinnert mich so ein wenig an ein gebäude dessen name ich in diesem video dass ich vielleicht auch kinder anschauen werden nicht unbedingt nennen werde und wir haben natürlich auch noch dieses komplett pinke taxi schild kurz gesagt ich mag die prints wir haben auch für die wenigen teile und den kleinen maßstab von dem gebäude doch ein paar kleine süße details drin wie hier den blumenkasten oder diese sitzecke die stühle finde ich sehr sehr originell gebaut und den tisch aus so einer blüte finde ich auch richtig cool wir haben ja hier ein eckhaus deshalb haben wir hinten auch zwei andock punkte für jeweils andere sets aus der city corner reihe und wenn wir uns innerer schauen sehen wir das ist doch eher eine enge angelegenheit auf jeden fall haben wir zwei barhocker wir haben ein shaker gläser und dieser g slope soll denke ich eine kasse darstellen hier oben haben wir noch ein glas hängen und damit haben wir auch schon alles aus dem untergeschoss dieses kleinen hauses gesehen also wie gesagt ich habe einen riesen spaß die steinequalität ist auch sehr gut darüber reden wir dann gleich im nächsten bauschritt noch einmal detaillierter und auf den freue ich mich sehr dementsprechend baue ich jetzt auch weiter und wir sehen uns dann gleich ich denke mit dem fertigen set wieder und damit ist die kleine keyplay cocktail bar doch auch schon fertig es ist einfach ein wirklich zuckersüßes und lustiges ergebnis meiner meinung nach und ich hatte sehr sehr viel spaß bei dem bau auch wenn es nur ein kürzerer bau war also wenn es hoch kommt hat man da 30 minuten bauspaß dran wenn man sich vielleicht ein bisschen länger zeit lässt dann vielleicht 45 minuten aber viel länger verbringt man mit dem bau hier nicht die zeit ist aber umso witziger man hat immer so ein paar kleine ecken bei denen man was entdeckt man denkt sich immer öfter wie ist man auf diese idee gekommen jetzt so eine komplett normale sache so übertrieben darzustellen und wie gesagt das hier ist so ein bisschen für mich wie eine kinder zeichentrick serie unabhängig davon ob das nun jetzt für mädchen oder jungs etwas sein soll ich meine jeder der damit spaß haben will sollte damit auch spaß haben können mal von dem konzept abgesehen sind auch noch ein paar prints dazu gekommen und ich habe es unten bei dem cocktail print schon gesagt also man fragt sich hier so ein wenig ob die zielgruppe kinder hier wirklich hundertprozentig getroffen wurde bei den prints aber das ist natürlich auch wahrscheinlich so ein kleiner witz wenn man das mit seinen kindern baut dass man als erwachsener noch mal den kleinen gedanke weitergeht und das erinnert mich wieder so an kinder serien wo öfter mal sag ich mal erwachsenen witze eingebaut werden über die ein kind aber gar nicht nachdenkt weil es eben diese zweideutigkeit gar nicht versteht vielleicht interpretiere ich auch zu viel in dieses kleine set aber wie gesagt ich habe das so empfunden und ich hatte sehr sehr viel freude damit auch hier drin haben wir noch mal ein print und eine schöne inneneinrichtung hinten bleibt das eckhaus dann so offen und es hat so etwas von einem mini wimmelbild auch wenn man natürlich nicht den höchsten detailgrad da drin hat hat man so einige sachen bei denen man sich erst gedanken macht was soll das darstellen und wenn man dann drauf kommt ist es einfach lustig wenn man das wieder sieht und mir ist bewusst dass so ein set jetzt nicht unbedingt in der breiten klemmbaustein community den riesen andrang finden wird aber auch solche sets zeige ich gerne besonders wenn ich dabei so viel spaß hatte wie bei diesem set aber mal von dieser parodie einer wirklichen cocktail bar ebene abgesehen oder diesem karies witz überzeugt das set eben auch durch seine bautechniken über durch so ein kleines haus überhaupt möglich ist und auch durch die steine qualität dort aber vor allem im aussehen denn die fliesen und glänzenden oberflächen sind auch wirklich glänzend und nicht irgendwie verkratzt oder matt also das ist neben dem großen l oberflächen mäßig die beste steine qualität die man so auf dem markt bekommen kann von der verbaubarkeit sind die steine auch ähnlich wie beim großen l nur dass sie noch etwas weicher beim zusammenstecken sind und dann aber am ende auch noch etwas weniger klemmkraft als bei lego haben das reicht für so eine konstruktion hier auf jeden fall aus aber irgendwelche große komplexe bauwerke sind damit meiner meinung nach nicht möglich denn dafür wäre die klemmkraft zu gering also da könnten sie schon noch ein kleines stückchen mehr klemmkraft reinbringen das man eben mindestens auf dem lego niveau ankommt dadurch lassen sich die steine aber auch von kleineren kindern problemlos verbauen hier muss nicht viel kraft aufgewendet werden ich hatte also wie gesagt sehr sehr viel spaß mit diesem set auch wenn es eher ein nischenprodukt bleiben wird und ihr seht ich habe dieses set auch unabhängig von dem human streit mit dem lieben johnny's world irgendwie bewertet denn ich möchte am ende wie immer das set bewerten und nicht die große politik die irgendwo dahinter steht ein paar satzsteinchen haben wir auf jeden fall auch dabei auch eine größere fliese ich habe überall geguckt ob ich die vielleicht irgendwo vergessen habe habe ich aber nicht also cool wenn auch so eine fliese dabei ist die kann man auch durchaus noch in anderen bauten gut verwenden was aber bei diesen steinen auffällt wir haben bei keyplay beziehungsweise auch human sehr viele formen die abgeändert sind von denen die lego hat einfach um diesen design schutz aus dem weg zu gehen und da war human respektive keyplay in diesem fall einfach schon ein stückchen weiter denn dieses set ist ja vor dieser großen kontroverse auch mit der klemme entstanden und hier sind sehr viele steine dabei die vielleicht problematisch hätten werden können die aber dann von human nochmal irgendwie abgerundete ecken bekommen haben oder nochmal ein eigenes muster dass wir hier eben ein eigenes design vorliegen haben und es damit keine großen probleme geben würde deshalb sind mir in diesem set auch keine steine aufgefallen die irgendwo von lego design rechtlich geschützt wären diesen weg würde ich mir noch von mehreren herstellern wünschen von mir gibt es also für dieses set auf jeden fall eine kaufempfehlung ich kann das jedem empfehlen einfach mal für zwischendurch das ist nicht das set was man sich groß zu weihnachten wünscht oder auf das man hin fiebert aber umso mehr spaß hat es gemacht ich habe an der einen oder anderen stelle wirklich herzlich gelacht über diese übertriebenen farben und die teilweise echt lustigen anspielungen in diesem set und das ist ich habe es öfters bei dem bau gesagt für mich wie die perfekte kinderserie so in richtung simpsons zum beispiel was sich kinder und erwachsene gleichermaßen anschauen können und alle können über witze lachen und die kinder halt über kindgerechte witze und erwachsene über witze die ein kind nicht sofort versteht wenn man aber ein stückchen weiter denkt man dann doch nur hintergedanken hat sagen wir es mal so und das hat dieses set für mich perfekt transportiert deshalb wie gesagt von mir eine kaufempfehlung wenn ihr es für um die zehn euro neu kaufen könnt wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt dann schreibt wie immer gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch dieses video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und ein abo da im zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein und ein oil valley prick